moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die herausforderung löst der woche 3 in der ihr auf den kram bei ricky rick tanzen müsst und zwar zeige ich euch genau wo das ist man sieht hier auch schon den kram leute und zwar müsst ihr hier auf diesen kram drauf ich werde es euch noch mal auf der karte zeigen den genauen standpunkt und so wenn ihr dann drauf seid einfach irgendwie mode auswählen und ihr habt die herausforderung gelöst ich zeige es euch noch mal auf der karte leute der befindet sich genau hier unten ja das war es dann auch schon mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst ein like da falls noch kein abo habt könnt ihr das an dieser stelle gerne ändern und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video ciao